Hallo, ich bin Mara. Ich bin sechs Jahre alt und ich gucke im Fernsehen gerne Horsland. Ich gucke gerne Horsland, weil es da so viele Pferde gibt und weil es da eine Katze, ein Schwein und ein Hund gibt. Und die Katze ist immer sehr böse zu den Schweinen und die reiten immer auch so schön. Hallo, ich bin Luna, bin sechs Jahre alt und mein Lieblingsfilm ist Bibi und Tina, weil der so schön ist, weil die Pferde sind. Ich bin Sandra, ich bin sechs Jahre alt. Ich gucke gerne Horsland. Hallo, mein Name ist Thor und ich bin sechs Jahre alt und ich schaue gerne Ninja. Ich schaue gerne Ninja, weil es da ganz viel Liebe gibt und die Lieben immer gewinnen. Hallo, ich bin die Nayeli, bin sechs Jahre alt und gucke gerne Elena von Aranoa, weil es da schön ist und da geht es auch um Freundschaft. Hallo, ich bin Felisa, bin sechs Jahre alt. Tom und Jerry, weil die Katze immer die Maus fangt. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.